Ist alles zu Ihrer Zufriedenheit? Ja, danke. Bitte sehr. So, da bin ich. Was kann ich für Sie tun? Ich, ich dachte... Sie dachten, Sie essen mal nett mit mir und sehen dann, was der Abend noch so bringt. Oder wie darf ich Ihre eindeutige Einladung verstehen? Herr Schneider, es handelt sich hier um ein Missverständnis. Ich meine, eigentlich wollte ich ja... Ich habe gar nicht Sie erwartet. Gut, dann haben wir das geklärt. Nur, wie kommt dann Ihre Einladung in meinen Timer? Ihr Timer? Das ist mir jetzt auch völlig unerklärlich. Also, ich denke mal, als ich bei Hannah war, muss die Einladung aus der Tasche gefallen sein. Und dann ist sie einfach so in meinen Terminkalender geflattert. Wenn Sie mir schon an Wossen machen, dann stehen Sie wenigstens dazu. Bitte glauben Sie mir doch, ich hatte wirklich nicht die Absicht. Das hätte ja auch keinen Zweck. Sie wissen ganz genau, dass ich glücklich bin mit Hannah. Natürlich. Gut. Dann sind wir uns ja einig. Herr Schneider, warten Sie bitte. Sagen Sie Hannah nichts. Ich möchte nicht, dass Sie denken. Sie hätten Hannahs Freundlichkeit ausgenutzt, um ihr den Freund auszuspannen? Nein. Nein. Beideein. Stein.